Moin Moin und willkommen zum schnellen Überblick über das, was bisher über KSP2 bekannt ist. Wir gehen einfach mal die Sachen durch, die man aus den beiden Trailern ziehen kann. Ich packe ein bisschen Opinionated Dinge dazu, also Dinge von denen ich glaube sie gesehen zu haben oder zu erkennen in den Sachen und packe natürlich das mit rein, was man bereits nachlesen kann. Alle Informationen, also Links zu den Trailern, Links zu der Webseite, Links zum Forum, wo ich diese Sachen herbekommen habe, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Guckt da gerne rein und dann starten wir einfach mal und gucken, was bisher klar ist. Was ist klar? Es gibt einen Cinematic Announcement Trailer und einen Death Trailer. Die sind beide gestern am Montag, dem 19.8. rausgekommen. Und was sie teasern ist auf jeden Fall KSP2 und das Releasedatum im Frühling 2020 beziehungsweise 2020. Den Frühling kann man sich dann aus den Foren-Posts rausziehen. Und was auch schon klar ist durch die Kommunikation über Twitter, über die Foren, über Details, es wird auf PC, auf PS4 und auf Xbox herauskommen. Zuerst aber wohl für den PC mit den Konsolen wollen sie sich ein bisschen Zeit lassen, um sicherzustellen, dass sie einen guten Port machen, der gut zu steuern ist. Es wird also zuallererst eine PC-Version geben und die wird in den typischen Storefronts, also aka Steam zum Beispiel, verfügbar sein. Ich denke mal auf jeden Fall auch wieder über die Webseite, aber Steam ist auf jeden Fall mit dabei. Und das Ganze, was schon klar ist, soll 59,99 in US-Dollar kosten. Ich gehe also für uns Euro-Zahlende davon aus, dass es bei uns wahrscheinlich 59,99 Euro sind, einfach weil, weil. Entwickelt wird das Ganze von Star Theory, nicht von Squad. Auch ein interessanter Part. Star Theory entwickelt das für Take-Two Interactive, während Squad weiterentwickelt an KSP1. KSP1 wird also jetzt nicht automatisch eingestellt, sondern weiterentwickelt, weiter daran gearbeitet. Es kommt ja auch demnächst KSP1-8. KSP2 wird also parallel entwickelt. Stellt sich jetzt natürlich ein bisschen die Frage, was ist eigentlich neu an den Sachen? Und ich habe mal ein bisschen zusammengefasst, was so kam. Es wird ein verbessertes Onboarding geben. Im Detail ist noch nicht so viel klar, aber es sollen animierte Tutorials da sein. Das UI soll verbessert werden und das Baumenü wurde wohl komplett überarbeitet. Mal gucken, was das im Detail bedeutet. Das sind jetzt einfach nur die Schlagworte, die ich von der Webseite nehmen konnte. Dazu gibt es keine großartigen Bilder, zumindest keine, die ich den Videos jetzt entnehmen konnte. Außer der Launch Tower, ob es den dann wirklich gibt oder nicht. No actual Gameplay. Technologisch wird das Ganze sich so ein bisschen auf die nächste Generation Raumfahrt Technologie spezialisieren. Während das vorhandene Kerbal Space Program so ein bisschen ja historische Dinge nimmt und so ein bisschen die Jetztzeit transportiert, wird es im neuen KSP wohl viel um Triebwerke, Bauteile, Treibstoffe und noch viel mehr aus der nächsten Generation Raumfahrt gehen. Also so ein bisschen Near-Future-Stuff, der bisher in der Raumfahrt noch nicht so vorhanden ist. Und ein paar Beispiele sind in den Trailern meiner Meinung nach auch schon zu sehen. Zum Beispiel hier in dem Bild würde ich vermuten, dass das da hinten ein Plasma-Triebwerk sein könnte. Irgendwas in die Richtung zumindest. Wir haben definitiv in mehreren Szenen, also wir haben hier einmal eine Szene aus dem Announcement-Trailer und hier noch eine Szene aus dem Death-Trailer, wo definitiv ein Orion-Triebwerk zu sehen ist. Also für die von euch, die es nicht kennen, Orion-Triebwerk wirft kleine Mini-Nukes hinten raus, lässt sie explodieren und hat dann so ein Stoßschild, der hydraulisch gefedert ist. Abgefahrene Atombomben-Antriebstechnologie haben sich die Amerikaner mal irgendwann in den, weiß ich nicht, 60ern, 70ern, bevor einem klar wurde, dass man das vielleicht nicht machen sollte, ausgedacht. Und hier, was auch immer es ist, irgendwas mit Lasern, so viel kann ich sagen. Aber der interessante Part ist, guckt euch mal an, wie klein die Körbels daneben sind. Ja, diese kleinen Punkte da sind Körbels mit so Einwinker-Kellen. Super, super interessant. Da wird auf jeden Fall einiges passieren. Das heißt, wir bewegen uns mit KSP-2 in die Zukunft. Und was auch fester Bestandteil des Spiels wird, und da muss ich sagen, freue ich mich sehr darauf, sind Kolonien. Es ist noch nicht richtig klar, also keiner hat bisher was dazu gesagt. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was zu raus, ob das Ganze dann auch beinhaltet, dass es Live-Support geben wird. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass man Kolonien bauen kann im Stock-Game. Und es wird nötig sein, dass man dafür Ressourcen sammelt, um Außenposten und Stationen und sowas zu bauen. Und was man aus KSP-1 schon kennt, das wird es wohl auch wieder geben, also dass man Treibstoff herstellen kann. Was aber neu hinzukommt, dass man Kolonien wohl weiterentwickeln kann, bis sie Fahrzeuge, vielleicht ja sogar Raketen, da spekuliere ich jetzt ein bisschen, da steht Vehicles. Ich würde vermuten, man kann bestimmt auch irgendwann Raketen bauen, weil im Folgesatz kommt sowas, dass es dabei auch möglich sein soll, so interstellares Reisen zu ermöglichen. Da sind wir gleich beim nächsten abgefahrenen Feature. Es soll interstellares Reisen geben. So, und ich kehre jetzt mal so die Fakten zusammen, die ich aus allem zusammenkratzen konnte bisher. Es wird wohl auf jeden Fall, und das ist der Satz Space Exploration, innerhalb und außerhalb des originalen Kerbal-Systems geben. Ich gehe also davon aus, es wird das originale Kerbal-System, so wie wir es aus Kerbal Space Program 1 kennen, weiterhin geben wird, und es aber möglich ist, in mindestens ein anderes, vielleicht mehrere andere Sternensysteme zu reisen. Und da gibt es verschiedene Sachen. Im Death Trailer hat man kurz eine Diskussion, wo sie darüber diskutieren, dass ein junges Sternensystem aus Planeten bestehen könnte, die alle Ringe haben. Ob das jetzt heißt, dass das Sternensystem, zu dem man reisen kann, ein junges Sternensystem sein wird und alle Planeten Ringe haben, das kann ich euch nicht genau sagen. Aber das ist auf jeden Fall so ein Diskussionsfetzen, der zumindest mal darauf hin teasert. Damit haben sie sich auf jeden Fall beschäftigt. Es wird viele, viele neue Himmelskörper geben. Sie haben zwei Sachen angeteasert. Und zwar einmal etwas, das nennt sich Ovin. Das soll so eine Art Supererde mit Ringen und ziemlich, ziemlich heftiger Gravitation sein. Klingt schon mal sehr spannend. Ich habe es hier mal im Hintergrund, sieht für mich eher wie ein Gasriese aus. Ich weiß es nicht, ob das Ovin sein soll. Ich würde jetzt eher vermuten, nein, sieht für mich halt nicht wie eine Erde aus. Und dann soll es Rusk und Rosk geben, also mit A und mit U geschrieben. Der englische Originalsatz ist Binary Pair Locked in the Dance of Death, aber unter Planeten. Ein Binary Pair ist aber eigentlich eine Bezeichnung, die man für Sterne anwendet. Ich kann es euch nicht direkt sagen. Dieses Bild hier ist für mich ein Binary Pair, also es sind zwei Planeten, die sehr beschädigt aussehen. Dance of Death, Maybe. Spekulation. Ich würde bei der Formulierung davon ausgehen, dass sie eigentlich ein Binär-Sternsystem meinen und das hier nicht Rusk und Rosk sind. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht sind sie es auch. Außerhalb davon soll es eben auch noch mehr, definitiv mehr Himmelskörper geben, die man erforschen kann. Ich hoffe, da wird über die Zeit mehr zu kommen. Und ganz, ganz, ganz fetter Drop zum Schluss. Modding und Multiplayer. Es sind noch keine Details bekannt. Was aber bekannt ist, es wird auf jeden Fall wieder ein Modding-Interface geben. Das soll auch sehr viel aufgeräumter werden und wird auch vor Release, wenn ich es richtig verstanden habe, wohl Details an Modder geben oder dann sehr bald nach Release. Mal gucken, wie sie es nachher entwickelt. Das heißt, Mods werden weiterhin möglich sein, auch in der neuen Version. Alte Mods werden nicht kompatibel sein, genauso alte Spielstände nicht. Und es wird, und jetzt haltet euch fest, Multiplayer-Modus geben. Es ist explizit jetzt schon announced, ohne Details rauszugeben, dass es Multiplayer geben wird in KSP 2. Wie das genau aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht. Dazu sollen aber später noch mehr Details kommen. Vielleicht kommen noch ein paar Sachen mehr in der Gamescom raus. Vielleicht sagen sie uns später noch Bescheid. Wir haben jetzt, glaube ich, einen echt spannenden Herbst und Winter vor uns, bis es dann Frühling 2020 wird. Und mich würde natürlich vor allen Dingen auch mal interessieren, gerne hier in den Kommentaren, sonst im Discord, was sind so Dinge, die ihr auf jeden Fall in KSP 2 sehen wollt. Was haben die Trailer mit euch gemacht? Guckt sie euch auf jeden Fall an. Guckt euch auch den Dev-Trailer an. Und ich bin auf jeden Fall richtig heftig gehypt und freue mich darauf, mit euch die nächsten Monate wild zu spekulieren, was alles kommt und nach und nach immer mehr über ein hoffentlich cooles neues Spiel kennenzulernen. In diesem Sinne, mein Name ist Robert und Tschüss.